Die Expo Real ist wie immer ein Stimmungsbarometer zum richtigen Zeitpunkt. An interessanten Themen fehlt es auch in diesem Jahr nicht. Allen voran beschäftigt uns die fragile Balance zwischen weltweiten Krisenherden und vitalen Investmentmärkten. Trotz aller Unwägbarkeiten werden wir 2014 voraussichtlich ein neues Rekordjahr auf dem Investmentmarkt für Gewerbemobilien erleben. Das Interesse der internationalen Investoren an Deutschland ist nach wie vor riesengroß. Kein Wunder, dass auch die JLL-Kollegen aus aller Welt vermehrt nach München streben. Die Expo Real 2014 wird noch internationaler als in den Vorjahren. Eine gute Gelegenheit also, Überzeugungsarbeit für den Standort Deutschland zu leisten. Insbesondere mit Blick auf asiatische Investoren und die nach wie vor zurückhaltenden Chinesen. Inhaltlich wird der Boom der Logistik und Industrieimmobilien ein wichtiges Thema sein. Die Asset-Klasse erlebt einen beachtlichen und aus meiner Sicht nachhaltigen Aufschwung. Ähnlich verhält es sich mit den Fachmarktprodukten im Bereich der Einzelhandelsimmobilien. Die Immobilienfinanzierung und das Corporate Real Estate Management sind weitere spannende Themen. Überhaupt rückt die ganzheitliche Beratung in Immobilienfragen stärker in den Mittelpunkt. Auch mit neueren Disziplinen wie der Workplace Strategy. Natürlich werden wir auch die Digitalisierung und ihren Einfluss auf die Immobilienbranche diskutieren. Dienstleistungsqualität lebt mehr denn je von vernetzten IT-Lösungen und intelligentem Wissensmanagement. Aber auch die Online-Vermarktung gewinnt an Bedeutung. Wie im Vorjahr werden wir dies in München mit der Vorstellung unseres JLL-Online-Portals deutlich machen. Aber die reinen Marktthemen sind nicht alles. Wie jede gute Messe lebt auch die Expo Real letztlich von der Konzentration der wichtigsten Marktakteure an einem Ort. In diesem Sinne freue ich mich auf viele persönliche Gespräche und eine spannende Messe in München.